Und dann hierher lesen. Komm nochmal her, Herr Schmidt, komm nochmal an meine Seite. Genau so, das reicht. Dankeschön. Und dann hierher schauen. Juni, ich nervt. Naja, war aber noch überhaupt nicht. Der alte Sockel wird aufgehoben. Die Bürger können auf diesem Sockel selber über das streiten, was wichtig ist, nämlich Demokratie, Freiheit, Einheit. Und insofern glaube ich, dass wir hier ein Denkmal schaffen, was ein Treffpunkt der Republik werden wird. Es soll ein Nationaldenkmal der Freude sein.